Ihr habt mich gefragt, richtig erzürnt, warum ich eigentlich das Beste an den Overwatches in letzter Zeit seit irgendwie, keine Ahnung, gefühlten 100 Folgen weglasse und zwar meine Gabe herauszufinden, herauszuschauen, herauszusehen, ob es sich hier um ein Mädchen oder um einen Jungen handelt, ja, wie alt die Person ist, wie sie aussieht, was sie für, äh, sonstige Scheiße macht und so weiter und so fort. Und Leute, ihr habt vollkommen recht, diesen Punkt muss ich auf jeden Fall wieder aufleben lassen, meine Kräfte sind jetzt wieder gestärkter denn je mit dem neuen Bartschnitt, ähm, und ja, es lag, glaube ich, die ganze Zeit an dem Buschelbart, dass er mir diese, der hat die ganze Zeit so geknistert, wisst ihr, das ist schwierig dann da herauszusehen, dass es hier zum Beispiel, äh, dass es sich um ein Mädchen handelt, ja, das sehe ich instant, das ist eine weibliche, ähm, Person, ein weiblicher Mensch, ich muss das Alter noch bestimmen, das sehe ich vor allem anhand der links, äh, gehenden Aktionen. Aha, mhm, oh, ja, 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 mhm, ich würde sagen, Alter Station, ich bin auf jeden Fall jünger am Stisse, ja, übrigens im letzten Fall, fuck a doodle, was habe ich da, ich mache die Overwatches jetzt wieder öfter, das, äh, damit ich nicht immer vergesse, was ich gedrückt habe, ich habe auf jeden Fall was gedrückt im letzten Fall, und zwar, ich glaube, das war der Wingman-Fall, oder? War das, äh, ich meine, dass es, äh, Wallhack war, im letzten Fall, hier weiß ich nicht, was, äh, was die, die Frau hier hat, ich weiß es nicht. Wobei es, es, es sieht nach einem etwas jüngeren Semester aus, hier müssen wir genau reinschauen. Diverse Verhaltensmuster zeigen mir ja doch an, dass es sich um ein vielleicht noch Kind handelt, oder annäherndes Kind, ich weiß nicht, ich trinke mal einen Schluck, wartet mal kurz ab. Hm, übrigens, jetzt wo ich gerade die, die, die Streaming-Trinkflasche in der Hand habe, heute, ab 22 Uhr. Es ist Livestream, und der Suspect steht still. Ist das jetzt schon Griefing? Mal schauen, ob es öfter passiert. Äh, achso, ja, und, oh, es sah gerade so aus, als wenn der vor ihr ultra schnell gewesen wäre. Wie sieht denn der Ping aus? Stopp mal, stopp mal, halt mal kurz die Luft an. Hm, 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 okay. Hm, die Musik ist gerade ganz schön Mädchen behaftet. Doch, doch, da kann man auch oft raushören, worum es sich hier handelt. Ja, also wie gesagt, eine junge Dame. Das genaue Alter, das werde ich gleich nachher herausfinden, bei diesem Kill womöglich. Und! Hm, das wird noch, reicht das ganz aus? Ich, ich, ich würde schätzen so, hm, 11, 12, 13, danach sieht das ganz, äh, ganz deutlich aus. Man kann es ganz klar sehen, auch an der Art und Weise, wie sie ihr Neifern guckt. Vollkommen logisch. Nautilus, das ist ja eine Nautilus. Ich weiß, dass es nicht die echten Namen sind, aber Nautilus wäre ziemlich lässig. Wow, Nautilus, cool. Finde ich, sind die Namen, wartet mal. Aha, Mademoiselle, was treiben sie da? Stopp, halt stopp. Wie ist es eigentlich? Ist euch schon mal, habt ihr schon mal geguckt, ob, die Namen sind nicht immer die gleichen gewählten Namen, ne? Also wir wissen, dass die Namen, äh, nicht die echten Spielernamen sind, blablabla. Aber es, es sind nicht immer die gleichen Delta, Delta, Zellman und sowas, ne? Manchmal hat man auch irgendwie, äh, äh, Timmy oder sowas, oder sowas ähnliches. Oder? Ist doch gut, wenn sie Hildegard heißen würde. Naja. Äh, achso, ja, es steht jetzt 1, äh, zu 8 für die Tees. Killmäßig hat sie, wie viel jetzt? 15? 16, äh, 1, 5. 3 Sternchen, 34 Punkte. Wenn man das, äh, rein punkte-technisch mit den anderen vergleicht. Äh, ich will euch jetzt ja aber auch nicht hier rein spielen. Hinsichtlich, äh, hinsichtlich, äh, Aiming-Geschichten. Ich denke, wir haben alle schon eine Vermutung, äh, wahrscheinlich eine feste Vermutung auf einen Sheet. Aber da könnte natürlich noch mehr im Busch sein, ne? Es ist ganz wichtig, dass wir möglichst genau raten, oder nicht genau raten, sondern genau feststellen. Denn, wie ihr alle wisst, äh, gibt es einen Overwatch-Score, ein Overwatch-Level mehr oder weniger. Aber es heißt eigentlich nicht Level, sondern Score. Und das kann steigen und fallen. Wenn ich, wenn ich immer gut bin, dann steigt mein Level an und ich bekomme auch, äh, einen XP-Bonus und so weiter. Wenn das nicht der Fall ist, dann falle ich. Es hat dann auch was mit der Quali- Also ich, das sage ich jetzt. Es hat auch was mit der Qualität der Fälle zu tun. Wenn man ein ganz neuer Overwatcher ist, dann hat man höchstwahrscheinlich die klaren Fälle. Also Spin-Botter und so weiter. Und, und, die sind ganz, die einfachen Fälle, um sich reinzufinden. Und je höher man dann steigt, das heißt, das System merkt, oh, der macht sehr viele Overwatches. Die sind auch alle irgendwie richtig. Also schieße ich demjenigen mal schwerere oder bessere Fälle zu, die nicht so offensichtlich sind. Äh, dann, ja. Äh, und so weiter und so fort. Also, was glaubt ihr? Ich habe doch einiges vermutet, wirklich, äh, ganz, ganz genau. Heute Abend ist, wie gesagt, Livestream. Ich werde jetzt gleich noch, wenn der, wenn die Aufnahme ja aussieht, die Skins dafür aussuchen, also für die Giveaways. Ich würde sagen, unsere elfjährige, elf, äh, elfjährige, äh, Cheaterin, die bekommt jetzt auf jeden Fall was gedrückt von mir. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr ihr drücken würdet. Und kommt dann in den Livestream. 22 Uhr geht's los, wir husteln und so weiter und so fort. Pipapo, Kartoffelsalat. Macht's gut. Und vielen Dank für die Likes, vielen Dank für die Kommentare. Und vor allem für solche Kommentare, die mich daran erinnern, dass ich gewisse Sachen vergesse, wie zum Beispiel diese Macht herauszufinden, was die, was das so für Drecksdicke sind, gell? Dankeschön. Ciao, ciao.